Lieber Ivan, liebes Proses Team, vom ganzen Herzen möchte ich mich im Namen der Schanzer bei dir und deinem Team für das schwierige Jahr, jetzt war ich gerade falsch, liebe Schanzer, was morgen passiert, weiß keiner, also umso wichtiger, jetzt war ich raus. Lieber Jürgen Wittmann, liebes Team, der stark, wir wissen es ganz besonders zu schätzen, dass du, scheiße, Liebes Funkhaus Ingolstadt, vom ganzen Herzen möchte ich mich bei euch für die Unterstützung in diesem schwierigen Jahr 2020 bedanken. Lieber Carmen, lieber Michael, mein Fehler. Lieber Max Pollin, liebe Familie Pollin, liebe, jetzt habe ich schon lachen müssen, weshalb du die Augen zugemacht hast. Lieber Carsten, liebes Amtsport Team, von ganzen Herzen möchte ich mich bei euch im Namen der Schanzer für das schwierige Jahr, nein. Liebe Frau Zang, lieber Frank König, nein, Stefan König, ehrlich, die Namen. Puh, come on. Lieber Thomas und Stefan Hackner, liebes Backhaus Hackner Team, vom ganzen Herzen... Ich bin so auf die Namen fokussiert. Ah, komm jetzt, letzter. Lieber Stefan und Thomas Hackner, liebes Backhaus Hackner Team. Warum hacke ich da immer so ab? Lieber Stefan und Thomas Hackner, liebes Backhaus Hackner Team, vom ganzen Herzen möchte ich mich im Namen der Schanzer für eure Unterstützung... Lieber 1. FC Bayern Gries, lieber Matthias, die Profis des 1. FC... Ah, nein, wir sind 1. FC. Wir wissen, dass es speziell für euch ein ganz besonders schwierig ist, ah, Mannschaftenvergessen. Das ist einfach diese Kamera und Blackout einfach, ich weiß auch nicht. Weil so kann ich's. Lieber Blankenburger FV, lieber Löffel, die Pro... Sorry, aber dieser Name, den kennt ihr... Lieber Dämmener SV91, liebe Da... Alles wegen dir. Lieber VFC Anklam, liebe Gabriel. Das muss sie raussteigen, das muss sie raussteigen. Nobody knows what will happen tomorrow. So, the important thing is, let's be happy for what we have and let's enjoy the moment. Forget... Forget... Last part. Lieber TV Ascania Baerburg, lieber Markus, die Profis des FC Ingolstadt 04 und das Team der Audischanschen Fußballschule wünschen euch euren Verein und... I don't know what else. Wir wissen, dass es speziell für euch und... Eure Mannschaften? Oh my god. Wir wissen, dass es speziell für euch und euren Mannschaften ein ganz besonderes schwieriges Jahr war. Lass uns gemeinsam. Fuck. Lieber TV Rindenburg, lieber Daniel, die Profis des FC... Wer ist Effi? Lieber SC Sandersdorf, lieber Markus, lieber Günther, die Profis des FC Ingolstadt und das Team der... Ach... Vamos! Lieber SC Kehlheim, lieber Flo, lieber... Oh... Emil, Flo, SC Kehlheim... Flo, Emil... ...Lima... Lieber Fußballförderverein, Tüßling, Taising, okay... Lieber Fußballförderverein, Tüßling, Taising... Lass uns in Berlin... Lieber Markus... Lieber Lars... Fuck... Ich vergesse die Namen... Lieber Grünauer BC... Walla ist schwer! Das... Was ist das für ein... Aber was ist das für ein Dings? Für ein Verein? Aber der Verein ist auch respektlos. Wirklich, ist ja... Was ist das für ein Name? Ist voll schwer. Liebes Team der Assab Holding GmbH... Von ganzem Herzen möchte ich mich im Namen der Schanzer bei euch für das schwierige Jahr 2020... Ne, für die Unterstützung, ne... Liebe Familie Schanzer... Von ganzem Herzen möchte ich mich im Namen der Familie Schimmer... Wir wissen es gerade in diesen Turboleiten... 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 Unser Weg geht 2021 weiter... In diesem Sinne... Frohes Fest... Lieber SSV Jandelsbrunn... Lieber Thomas... Die Profis des FC Ingolstadt... Und das gesamte Team der Audi Schanzer Fußballschule... Wünschen euch richtig frohe Weihnachtstage... Macht... Lasst... Speziell für euch und eure Mannschaften schwer war... Mann... Diesen Teil... Lieber SV Ascania Köpenick... Lieber Frank... Lieber Dieter... Ne... René... René ok... Lieber VfL Prese Langendorf... Lieber Dirk... Lieber Dirk... Sollte ich schon Dirk sagen... Ah der Letzte... Jetzt komm... Straf dich nochmal... Lasst uns gemeinsam fällen... Ich muss jetzt langsam drin haben... Sonst wäre ich aggressiv jetzt gleich... Mein Rücken tut schon weh... Ach komm... Bitte... Jalen Alter... Wie lange bin ich schon hier? Zulang schon... Oh Gott... Ja ok... Jetzt muss ich es echt machen... Weil sonst wird es peinlich... Ich bin... Ja... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Vielen Dank.